Leid, Schmerz, Freude, Erlösung, das liegt heute wieder ganz nah beieinander, denn es ist wieder Zeit für unspielbar. Und eins kann ich versprechen, der Faktor Tod, der wird heute eine besonders große Rolle spielen. Ich begrüße euch zu einer neuen Runde unspielbar und ich begrüße nicht nur euch, sondern auch Christian Kurowski, der Mann, der heute mit bzw. gegen mich spielen wird. Christian, ich freue mich, dass du da bist. Wieso nennst du mich eigentlich Christian? Weißt du, ich muss so ein bisschen den strengen Ton jetzt mal durchklingen lassen, dass du dir auch Mühe gibst, dass du weißt, jetzt wird es ernst quasi. Es ist wie wenn zu Hause die Mama früher dich mit Vornamen gerufen hat, dann wusstest du, oh, jetzt wird es ernst. Oh Gott, ja, ja, ich freue mich, jetzt umso mehr. Hast du irgendeine Vermutung, worum es denn gehen könnte? Nee, also so eine richtige Vermutung habe ich nicht. Auf dem Weg ins Office heute Morgen habe ich so ein bisschen überlegt, was könnte es sein. Also wenn man sich es ganz einfach machen wollen würde, wäre hier einfach eine VR-Brille mit einem Horrorspiel, das wäre ein absolutes Unspielbar für mich. Aber so, was das für ein Spiel oder überhaupt ein Genre sein könnte, absolut keine Ahnung. Okay, ich gebe dir mal ein paar Tipps. Okay. Es ist auf jeden Fall eine Art Spiel, die dir glaube ich entgegenkommt. Das würde ich schon behaupten. Das kann jetzt sehr vieles sein, weil ich weiß, du spielst sehr viele Spiele. Ja, jetzt komm, hau raus. Okay. Okay, enthüllen wir es. Oha. Super Meat Boy. Genau, lieber Koro, du darfst Super Meat Boy spielen. Und was für ein Super Level du da spielen darfst, das erklärt uns jetzt eine kleine Chance. Dass Super Meat Boy für sich genommen schon verdammt schwere Spiele ist, dürfte der ein oder andere ja schon mitbekommen haben. Dass die The Guy Warp Zone das eigentlich so simple Spielprinzip auf die Spitze treibt, vielleicht aber noch nicht. Viel erklären muss man da eigentlich nicht. Koro's Aufgabe ist es, sich präzise durch insgesamt drei Bildschirme zu hüpfen. Dabei spielt aber nicht den berühmten Fleischklopps, sondern die Figur The Kid aus dem Freeware-Plattformer I Wanna Be The Guy. Der kleine Junge hat zwar ein leicht anderes Movement, im Kern bleibt es aber bei den Zutaten Laufen und Hüpfen. Klingt einfach, oder? Aber wisst ihr was? Genau das macht es ja so diabolisch. Die Level sind nämlich so designt, dass man jeden Sprung und jede noch so lange Passage absolut präzise ausführen muss. Es gibt quasi keinen Spielraum für Fehler. Also schauen wir doch mal, wie der gute Koro sich so schlägt. Ja, Koro, dann wenn du bereit bist. Ja, nun gut. Nimm den Controller und lass die Spiele beginnen. Okay, ich brauche wahrscheinlich erstmal ein bisschen so ein Button. Oh, der ist ja super. Ah ja, stimmt. Das ist ja schon auch ein bisschen floaty, das Spiel. Also ich werde wahrscheinlich, okay, spiele ich lieber mit dem, spiele ich lieber mit dem, ähm, wieso springt der denn so komisch? Ich habe auch nicht viel Platz, um mich auf die Steuerung zu gewöhnen. Das stimmt. Mir tut es jetzt schon leid, aber die Person, die das schneiden muss, also da muss halt ein Todes-Counter jetzt. Sollen wir mal, kommen, sollen wir mal eine kleine Wette abschließen? Was glaubst du, wie viele, naja, obwohl jetzt ist es vielleicht noch schwer abzuschätzen, aber ich meine, ich kann ja, ich weiß ja, was auf dich zukommt, ich sag 612. Also ich sag easy vierstellig. Okay. Ich muss erstmal irgendwie so ein, so ein Groove dafür bekommen. Irgendwie so. Oh, um Gottes Willen. Das Ding ist, ich bin halt einfach super dickköpfig, ne? Also ich werde das jetzt so lange probieren, bis es klappt. Ich bewundere das ja, dass du so diese, also dass du das so mechanisch einfach nur sehen kannst, dass dich das überhaupt nicht ärgert. Ich sehe halt oft Dinge und denke mir so, ah ja, das müsste ich jetzt eigentlich so machen. Aber, ähm, das ist, also dieser Gedanke ist, der entsteht nicht in dem Teil meines Gehirns, der halt tatsächlich für die Umsetzung zustande ist oder zuständig ist, ähm, sondern. Ach, ich hab doch einen Doppelsprung. Ich hab doch einen Doppelsprung. Das ist genau das, was ich meine. Wisst ihr was? Ich werde mir erstmal die Steuerung anschauen. Erstmal Fundamentals. Wie spielt man dieses Spiel? Es gibt A und Richtung und Sprinten. Ja, Sprinten zum Beispiel. Sprinten ist ja wahrscheinlich auch vielleicht gut. Ah, da bin ich ja auch in der Luft schneller. Aha. Ah, okay, jetzt wird doch, jetzt wird eventuell ein Schuh draus. Ja, 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 ich meine, normalerweise hätte man jetzt auch feinsten Super Meat Boy Soundtrack hier, ne? Ne, das war nicht so gut. Also meiner Erfahrung nach, man muss halt wirklich alles ziemlich genau treffen. Also es ist wenig Raum zum Korrigieren da. Man kann mal ab und zu ein bisschen korrigieren. Ja. Aber wenn man es perfekt trifft, dann funktioniert das auch mit diesen Wandsprüngen da ganz gut. Da, die Stelle zum Beispiel wie jetzt. Ah, nein. Das ist natürlich jetzt auch einfach super dumm, ne? Ich sterb die ganze Zeit, hab wahrscheinlich schon 200, 300 Tode oder so. Ich hab mir gerade auch gedacht, so mit meinen 600 bin ich vielleicht sogar ein bisschen optimistisch gewesen. Ja, und wir sind hier einfach ganz am Anfang. Wir sind ganz am Anfang. Und das wird ja wahrscheinlich nicht einfach nur dieses eine Level sein. Naja, es wäre ja ein bisschen gemein, wenn es noch mehr sind, oder? Echt? Also, ja, gemein wäre es auf jeden Fall. Das heißt natürlich nicht, dass wir es nicht machen. Das ist schon so, hä? Ich sag, das wäre gemein. Alter! Das ist halt... Also man muss ja quasi am Anfang einmal hoch, dann lässt man sich fallen und dann nochmal hoch. Und das zweite Mal hoch ist ja ein bisschen schmaler als das erste Mal. Tatsache, es ist wirklich schmaler. Ja, ja, genau. Und dadurch verändert sich natürlich das Timing alles ein bisschen. Ja, schau an, das ist mir bis jetzt noch gar nicht aufgefallen. Du musst es eigentlich nur einmal schaffen. Das stimmt. Also, es ist eigentlich sehr, sehr simpel. Ich weiß gar nicht, was du hast. Du musst es eigentlich nur einmal schaffen. Das Spiel hat drei Knöpfe. Ja, ne? Das ist das Problem. Ich kann dir auch mal einen Tipp geben, Kuro, ne? Nee, ich will keine Tipps. Noch nicht. Wie viel Zeit hast du heute? Kuro, ich habe so viel Zeit, wie du brauchst, damit du dich am Ende des Tages gut fühlst und wir glücklich in den Sonnenuntergang gehen können. Schauen wir mal, was passiert. Ich wollte gerade sagen, die Frage ist, welcher Tag, ne? Ey. Alter, du hast es noch... Ah! Jetzt muss ich erst mal wieder blinzeln. Wie springe ich da? Mit A. Ich muss da echt nochmal so... Stark. Einen kleinen Tipp kann ich dir noch geben an der zweiten nach oben Stelle. Ja. Es bietet sich da an, einen Doppelsprung quasi an der linken Wand ganz unten zu machen. Ja, das habe ich auch gedacht. Entweder an der linken Wand ganz unten oder vielleicht noch an der ersten... an der Stelle danach auf der rechten Seite. Ja, das funktioniert, glaube ich, schon nicht mehr wegen der Stacheln auf der gegenüberliegenden Seite dann. Da, genau, da den Doppelsprung, genau. Ja, ja, ja. Was meinst du, wie oft hast du schon probiert so vom Bauchgefühl? Bestimmt 500 Mal. Meinst du? Ja. Ey, ihr könnt auch irgendwann einfach alle gehen und ich mache das dann... Nein, Kuro, wir schaffen das hier zusammen. Wir sind hier ein Team. Zumindest fühle ich, glaube ich, die Steuerung ein bisschen besser jetzt. Eigentlich bist du ja ein innerlicher Senn-Garten, ein fleischgewordener menschlicher Senn-Garten. Was war denn eigentlich dein letzter Tipp? Oder war das der Tipp? Nee. Du hast noch den richtigen Tipp. Einen Tipp habe ich noch. Ja, ich glaube, es wird mal an der Zeit, vielleicht hilft der. Naja, du hast ja im Menü eben schon gesehen, dass man Charakter auswählen kann. Dir stehen natürlich alle Möglichkeiten offen, die dieses Spiel bietet. What? Charakter wechseln. Haha! Nicht schlecht, Chris. Ja, es tut mir auch ein bisschen leid. Ich bezahle dir den nächsten Döner, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Nee, nee, alles gut. Das war dein letzter Tipp. Es war eine lange vorbereitete Falle. Ich habe wirklich gedacht, jetzt kommt irgendwas, was mir hilft. Das war echt so ein Strohhalm, wo ich dachte, ach, geil. Aber das sind die kleinen Erfolgsmomente, die kleinen Stöckchen, an denen man sich hochziehen kann. Okay. Sieht die Hand weh? Ja, sie wird so langsam, so ein bisschen krampfig. Aber ich könnte ja. Ja, ich kann den Doppelsprung machen, mir die Zeit lassen, dann links zur Wand und dann. Ja, und dann. Ah! Wann springe ich da ab? Also da braucht man ja auf jeden Fall einen Double Jump, um bis zum Ende zu kommen. Aber schon kurz vor knapp, ne? Ich würde auch sagen, letzte Sekunde abspringen und A vielleicht auch nicht ganz so lange gedrückt halten, dass man nicht so stark an Höhe gewinnt. Geh, na ja, wieso will ich da nicht an die Wand? Einmal kurz durchatmen. Ja, jetzt kickt die Ungeduld rein, jetzt bist du selbst ein Feind. Ja, ich bin richtig ungeduldig gerade, ja. Ja. Okay, ich lege kurz den Controller ab. Kurze Pause, kurz durchatmen. Einmal kurz. Zugegeben, bevor es hell wird, ist es am dunkelsten. Aber ich bin jetzt langsam mal bereit dafür, dass es heller wird. Und nur ich habe es in der Hand. Mehr ist es nicht. Was machst du da? Mein Frust abbauen. Ah, trau ich mich. Dann mach doch einfach diesen Doppelsprung. Mach ihn doch einfach. Wirst du jemals wieder in irgendeinem Spiel einen Doppelsprung machen können? Ich werde einfach nie wieder Videospiele spielen. Nein, das wollen wir nicht. Es muss langsam mal einfach hinhauen, ey. Ich brauche meinen Skillhut. Ich setze ihn mal ab. Mal gucken, was passiert. Ich kenne hier diverse Leute, die haben es probiert und die haben es nicht geschafft. Oh, und vor allem, wenn jetzt was passiert, dann ist es nochmal so viel ärgerlich. Ich bin halt so schnell beim Springen. Bist du da wieder gesprintet gerade? Aber ich muss gar nicht sprinten. Ich habe einen Doppelsprung. Wusstet ihr? Ich habe einen Doppelsprung. Ja, der Doppelsprung. Ich muss doch gar nicht sprinten. Ich kann einfach einmal springen und dann springe ich nochmal. Die Fähigkeit des Doppelsprungs. Und dann schieße ich auch nicht so. Das ist ja genial. Ja, ne? Profi-Tipp. Der Doppelsprung, da ist er wieder. Alter, easy. Einfach machen. Ah, das ist ein Fussprung. Alter, aber jetzt... Du bist wie Rocky. Rocky, du bist halt die ganze Zeit schon so richtig hart vermöbelt worden von Apollo Creed. Aber jetzt... Jetzt kommst du zurück. Verliert Rocky nicht? Ja. Vielleicht nicht der beste Vergleich. Oh! Ah! Ich muss einfach nur... Ich hätte da einfach nur springen müssen. Wieso spring ich dich, Chris? Geh weg! Geh weg! Wieso spring ich dich? Stark. Ah! Oh, goddammit! Ich hatte noch einen Sprung. Ich hatte noch einen Doppelsprung. Oh, Gott! Okay, ich habe gerade mal geguckt, nur mal so als Tipp, in dem Playthrough, wo ich es gesehen habe, haben sie zwei kleine Sprünge gemacht. Also mit Doppelsprung. Doppelsprung ist die Lösung, wie immer. Mit Sprinten? Habe ich nicht gesehen, weiß nicht. Ähm, ja. Ja. Ja, da ist er. Ja, und jetzt noch mehr Level. Es kommt natürlich noch ein bisschen was. Aber das ist auch viel einfacher. Ja, oh Gott, das wäre ja wie... Siehst du, guck mal, wie einfach das ist. Jetzt bis zum letzten Moment abwarten, dann rüberspringen. Loll. Was macht das jetzt emotional mit dir? Du hast gerade dieses große Erfolgserlebnis. Ich bin zumindest erleichtert, dass es nicht so ein komplettes Debakel geworden ist, sondern nur ein halbes Debakel. Nein, also schämen brauchst du dich schon mal für gar nichts, weil das ist echt einfach mordschwer. Das ist wirklich sauschwer. Aber ich würde sagen, lassen wir es gut sein für diese Ausgabe. Schon deine Finger. Schon deine Sehnscheiden, dass du keine Entzündung kriegst in der Hand. Ja, ich glaub, der Zug ist abgefahren. Das ist nicht so schwer. Das ist nicht so schwer, Mann. Hallo, willkommen zurück. Falls ihr euch wundert, warum ich jetzt hier sitze und nicht mehr Chris, schlafen muss. Es sind tatsächlich mehrere Wochen vergangen, dass Kuro damit leben musste, Super Meat Boy nicht geschafft zu haben. Das wollten wir ihm natürlich nicht antun. Deswegen kriegt Kuro zum ersten Mal in der Geschichte von unspielbar eine zweite Chance und hat heute die Chance, dieses Level noch zu schaffen. Ja, einerseits finde ich das natürlich sehr nett, weil ich sagen muss, dass nach der ersten Super Meat Boy Session ich auch mehrere Tage nicht schlafen konnte. Deswegen zeigen wir euch heute noch den zweiten Screen und hoffentlich auch den dritten. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Ich glaube, Kuro hat Bock. Kuro hat neue Energie getankt und rockt das Ding jetzt. Ich bin heute auch gar nicht da, um irgendwie Blödsinn zu labern. Ich möchte Kuro unterstützen. Auch weil ich mich ein bisschen schlecht fühle, dass ich dieses Spiel hier in die Runde geworfen habe. Ich habe aber gesagt, Vorsicht, das ist sehr, sehr schwer. Das können wir, glaube ich, nicht machen. Wenn das wer schafft, dann aber Kuro, habe ich auch gesagt. Und ich glaube, das stimmt nach wie vor. Und das werden wir heute sehen. Witziger Fun-Fact noch. Wir mussten ja noch mal bis zu dieser Stelle spielen. Das war auch noch mal sehr schön. Haben wir euch aber erspart tatsächlich. Aber du kannst den Leuten ruhig sagen, wie schnell du das geschafft hast. Ja, es hat jetzt 10 Minuten gedauert. Na siehste. Es hätte ruhig beim ersten Teil so sein können. Ich finde, der Screen ist weniger furchteinflößend als der erste Screen. Das ist jetzt auch enger, ne? Ja. Ich glaube, du musst einfach durchballern. Bis zum Anschlag, den Stick. Oh. Sehr schön. Sehr schön. Ja, das sieht jetzt wiederum sehr ekelhaft aus, ehrlich gesagt. Ja, wie, äh. Ja. Also zumindest so auf dem Bildschirm sieht es schon so aus, es wäre der Abstand immer gleich, also ist es ja ein gewisser Rhythmus. Ich frag mich nur, ob die rechte Seite da drüben identisch ist oder ob die so fies waren und so Millimeter geändert haben. Ich hab ehrlich gesagt noch gar nicht auf die rechte Seite geschaut. Na noch sieht sie gleich aus, aber vielleicht ... Wow! Okay. Hä? Voll gut. Einfach, man muss nur bis zur Wand laufen, ganz schnell. Ja, und hier musst du auch einfach nur springen. Ganz schnell, nice! Oh, okay. So, jetzt chill. Okay, ich warte noch einen ab. Ja. Weil ... Guckst du ihn noch mal an. Erinnere dich. Fahrt ein paar Sekunden zurück. Oh, shit. Ah, sauber. Dreck mit. So, jetzt diesen Bums hier und dann hast du es ... Ich muss ... Einfach so ein bisschen mehr Zen, so ... Okay, kein Zen! So, jetzt ganz schnell. Einfach ... Ja. Genau, genau, genau. So, jetzt kommt bitte nichts. Oh! Oh! Jawoll! Was? Ach, guck mal, das ist doch auch einfach. Kann ich einfach ... Aber das Spiel ... Kurz Pause! Was passiert hier? Es lässt dir einfach keine Zeit. Kurz verarbeiten. Kurz was trinken. Ja, aber guck mal, das sieht doch auch machbar aus. Einfach immer springen im richtigen Moment. Es ist doch nur springen. Ach so, so geht das Spiel. Kann ich nicht wenigstens eine zehnte Sekunde ... Nein! Weiter! Das Spiel peitscht dich an die ganze Zeit. Ja, aber ich hab kaum Zeit zum Springen. Ja. Oh! Sauber, ey. Ja, und jetzt? Was mach ich da? Ey, meine ... meine Hände ... Ja, ich glaub, du musst einfach ab und zu mal kurz pausieren. Das ist ja ... Hochleistungssport. An der Wand drückst du immer noch Sprinten, oder? Ich drücke immer Sprinten jetzt hier. Also, du könntest da auch wechseln zu kleinere Sprünge ohne Sprinten an der Wand. Die sind kontrollierbarer. Einmal einen guten Run. Mehr brauch ich nicht. Einen guten. Dann werd ich nie wieder Super Meat Boy spielen. Darf auch nicht reden. Weil das braucht zu viel ... äh ... Fingerleistung. Gerade sitzen. Geil spielen. Nicht so. Nicht so. Nicht so. Ach, komm schon. Oh! Nein! Aber Rekord. Das ist doch geil. Fortschritt ist geil. Fortschritt ist geil. Für die untere Etage hab ich ne Routine mehr oder weniger. Da weiß ich, wo ich sein möchte, wenn ich spring. Das hab ich hier nicht. Und dann spring ich doof. In der Speedrun. Zack, zack! Zack, John Wick! Na, okay. Vielleicht hab ich's lassen. Nein! Wieso spring ich da doppelt? Weißt du warum? Weil ich die ganze Zeit doppelt spring. Ich kann nicht mehr normal springen. Dein Daumen kann einfach keine andere Bewegung mehr machen. Ja. Nein! Ja, und jetzt? Ja, ich glaub, du musst von der Wand. An dem vorderen? Von der Wand direkt, wenn das entgegenkommt, über die ersten Stacheln springen. So einen ganz weiten Sprung. Ja, genau! Wow! Oh, ja! Aber das ist es! Oh! Nein! Da kann ich doch einfach oben bleiben! Da muss ich doch nicht! Wieso gibt's immer überhaupt Stacheln? Warum tötet mich das oben da überhaupt? Wieso kann das nicht physikbasiert sein, dieses Spiel? Wieso kann ich nicht einfach einen Schritt in den Hintergrund machen? Was passiert hier gerade? Alter! Oh! Oh, Mann! Und das Leben ist schön. Meistens. Oft zumindest. Oh! Nein! Bleib oben! Du musst einfach erstmal einen oben bleiben! Das war komplett doof! Ja, meine Hand ist so verkrampft! Ich muss näher. Es muss quasi Vollbild sein für mich. Oh, es scheint zu funktionieren! Oh! Setz dich noch näher ran! Das scheint der Trick zu sein! Ja! Stark! Ist mir egal! Ich hab's geschafft! Ich werde nie wieder, nie wieder werde ich Super Meatball spielen! Ich fühle mich sehr gut! Ich möchte natürlich an erster Stelle Gott danken! Ohne Gott wäre ich natürlich jetzt nicht hier! Dann natürlich meine Eltern, also zumindest mütterlicherseits, für die jahrelange Unterstützung! Und natürlich auch hier das ganze Team, das an mich geglaubt hat und mir diese zweite Chance gegeben hat! Ohne euch wäre ich nicht hier auch heute, sondern wahrscheinlich jetzt schon zu Hause und hätte Feierabend! Aber gut! Danke! Danke!